Ich bin Randy von es geht weiter mit Let's Play GTA San Andreas und wir machen die nächste Mission für OG Loke. Ich will eine große Party zuerst. Das ist vielleicht meine letzte Chance zu kommen. Okay, so wass die Plan? Ich werde zurück auf die Große Straße gehen und bekommen die Salze von Basten fantastisch. Okay, so was ich will? Ich will, dass du bereit bist für die Part und ein paar Mädchen, Mann. Okay. Ein paar Real Fly Girls, you know what I'm saying? Die in den Bikinis und shit, in den Videos. Das ist was ich zu sagen. Ich habe gesagt, ich bin die Chroniker der ganzen Herausforderungen. Die Voice von der Familie ist wie Moses, nur bleibt es real. You said it. You know what I'm saying? Besorgt die neuen Klamotten und geht zum Friseur. Dann schaut zwischen 20 und 6 Uhr bei der House Party neue Schloss raus vorbei. Okay. Ähm, müssen wir jetzt wirklich neue Klamotten kaufen? Ernsthaft? Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt schnell einen Schnitt und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Mission starte. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe mir jetzt einfach nur ein neues T-Shirt gekauft. Muss man zwar nicht machen, aber... Naja, ich habe es jetzt einfach mal getan und jetzt starten wir aber wirklich die Mission. Ja, ja, ja. Es ist mein OG Loke in the house, baby. Und ich werde es jetzt für alle meine realen Gangster niggas. All meine Gangster bitches. Speaking about Gangster. Making mein man CJ right there. See, that's what I want. Oh, oh, oh. Dr. Michael Michael, what I want. Oh, oh. Hey, hey. Was's up, homie? Was's up, Rod? All the homies in the back, man. Away from this wacky music. Man, I feel you. Come on. Damn, man. This lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell shit. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stop him out, nigga. Hey, relax, man. Hey. A baller's posse is about to run up. They headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey CJ, strap up. Scroll Street. Okay. Shit, I'll go round up some homies. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. Grow Street wird angegriffen. Das war lange Zeit einer meiner Lieblingsmission, weil ich das einfach ziemlich geil fand. Und einfach richtig viel geballert wird. Da gibt's eigentlich nicht viel zu erzählen bei der Mission. Du bleibst in Deckung, voll durch eine Waffe. Und jetzt ballern die ganze Zeit ab. Ey, das sind Headshots. So, was blöd ist, ey. Gangstärke, ja. Wenn der da drüben nicht auf sich aufpassen kann, was soll ich da machen? Hey, hey, look up! More of them on the bridge! Also, noch offensichtlicher könnt ihr euch echt nicht mehr hinstellen. Carl, cover the alleyway! Ja, da hätte man halt auch ein paar Leute hinstellen müssen. Wie kommen die hier überhaupt rein in dem Auto? Zum Glück habe ich noch eine Schutzweste gehabt. Ja, von wo kommen die denn überall her? Wie kommen die auch noch hinter uns? Den Gang scheißen wir jetzt mal drauf. Alter, es hilft mir ja keiner. Das darf alles nicht machen. Gut, den haben wir auch noch erwischt. Sehr schön. Ja, sweet, lauf mir doch nicht rein, du Trottel. Man, hier echt gar nichts. Geh auf die Seite, man. Geh auf die Seite, du bist der King? Man, ich hab' nie gesehen, die Baller zu rollen so tief bevor. Ja, die hör'n, Carl Johnson war mit seinem Bruder wieder. Ja, für schon. Komm, lass' mal die Party. Shit, Mann. Als Loke er aus dem Mic, dann hat die Party angefangen. Genau. So. Damit haben wir jetzt auch die letzte Mission von OG Loke abgeschlossen. Würde ich sagen, mache ich jetzt an der Stelle nochmal einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao.